Halloooooo! Hey! Unglaublich! Der erste Teil oder ein Teil vom Film, wo wir jetzt Together spielen werden. Ich begrüße mich erstmal selber. Hallo Dan! Wie geht's dir, Dan? Gut, Dan. Ich bin Green Fatalis und werde ein Let's Play Together mit Panic Fly machen. Unglaublich! Ich begrüße mich auch selber. Hallo Panic. Hey Panic. Wie geht's dir Panic? Okay, hören wir auf mit der Scheiße. Es geht weiter nach so langer Zeit. Und jetzt wundert euch nicht, wieso hier gleich dringend die Quest steht. Erstmal zur Erklärung. Ich hab ein paar Videos schon mit Divine Kyuubi mal aufgenommen, aber die sind verloren gegangen. Das heißt, ich mach die Gilde einfach nochmal mit euch. Äh, wir haben uns überlegt, dass wir den Gyatrome auslassen, weil der ist nun auch in der Gilde wirklich immer zu schaffen. Alleine. Gyatrome ist... Wir machen... Aber jetzt machen wir die Quest, die ihr braucht, um aufzusteigen. Und zwar den Kongalala. Nimmst du bitte die Quest an, Green? Sofort. Achja, er hat übrigens das gleiche Equipment wie ich. Hier zum zeigen. Eifriges Hackball. T-Krex. Hör auf, mich anzukrapschen. Hehehe. Kann losgehen. Es kann losgehen. Boah. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Wenn ich gegen so einen Kongalala kämpfe, werde ich affenstark. Das Together kann beginnen. Ja. Oh mein Gott, jetzt check ich den Witz erst. Wenn ich gegen so einen Kongalala kämpfe, werde ich affenstark. Versteht ihr, das ist ja ein Affe. Ja, aber meistens nach dem Kampf... Ich weiß nicht. Ja, Green ist natürlich ganz cool und nimmt keine Tränke und sowas mit. Ich habe wenigstens die Deos mitgenommen, dass ich mir den Arsch abputzen kann, wenn der mich ankackt. Beziehungsweise mein Gesicht abputzen kann, wenn der mich ankackt. Ich habe die Deos mitgenommen, alle. Wie das kann... Ich brauche Tränke. Wie das aussah. Entschlossen gehst du so nach vorne und nochmal... Moment mal. Ja, ich habe die Tränke vergessen. Ach ja. Das wird ein gutes Together. Ja, es wird ein super Together, ein super one, denke ich. Auch wenn ich schon eine andere... Als wenn ich meinen richtigen Partner habe und dich endlich genug ausgenutzt habe. Aua. Ähm, was ist? Ich habe gerade nicht zugehört. Aber... Es ist fast schon. Ähm... Ja. Ihr seht auf Panic! Sein Bildschirm. Gerade wie ihr gegen den... Den kämpft. Ich bin doch irgendwo im Sumpf. Der mich verliert. Aber ich folge einfach der Nase, Mann. Also... Dann kommen wir da da. Gut. Bei mir ist... Alter! Nein. Uh, das... Das wird... Das wird Überraschung pur. Ähm... Ja. Wir machen das auf jeden Fall immer und immer wieder. Äh... Das wird täglich abgeloadet. Ganz klar. Scheiß Fick, da kommen wir noch. Ganz klar. Und natürlich pro 50 Abonnenten die... Hunter Tales. Hunter Tales. Das wird cooler als ihr euch vorstellen könnt. Ihr denkt euch jetzt vielleicht so... Ja toll, ein paar Geschichten werden voll langweilig. Aber da stecken wir wirklich unsere Leidenschaft rein. Äh... Unsere... Ideen... Die uns wirklich auch Spaß machen. Und ich hoffe euch wird es gefallen. Wir haben uns schon so einige... Sachen ausgedacht. Ähm... Und bitte... Ich sag's nochmal. Obwohl ich gestern schon wieder drüber gemacht hab. Bitte lest meine Bulletins. Und... Es ist verdammt nochmal wichtig, dass ihr meine Bulletins lest. Weil da... Da stehen meine ganzen Informationen drin, die ich euch mitzuteilen hab. Da muss ich nämlich nicht ständig ein neues Video machen. Die ganze Zeit und meine Videos damit voll spammen. Dass ich... Äh... Ihr wisst schon, ja? Ja. Also bitte lest meine Bulletins. Oder guckt regelmäßig auf meinen Kanal. Da schreib ich's auch nochmal rein. Ja, das ist widerlich. Ja, lest seine Bulletins und... Wenn ihr die Zeit dazu findet, dann schaut unbedingt auf seinen Kanal vorbei. Ähm... Macht ihr ja eh schon, von dem her. Ich hasse Kongalala. Ich auch. Ne, ne. Ich mein, der ist sau einfach eigentlich. Aber... Ist er auch, aber... Er ist irgendwie behindert einfach. Ja, ich mein... Er ist über mich gerollt. Das... Das soll man auch mal erstmal schaffen, hier. Gerollt oder gerollt? Gerollt und gerollt. Na dann. Na dann ist gut. Na dann. Na dann ist gut. Oh. Boah, der bietet einen echt keine Anflussmöglichkeit. Obwohl, der bietet einen eindeutig viel zu viele. Oh, jetzt hab ich hier hinten sein Ding abgeschlagen. Oh, jetzt wird er wütend. Der hatte glaub ich Dreck am Stecken. Dreck am Stecken. Und gerade wirft dann einen Kackklotz auf uns. Ne, der hatte Macher-Dieterz dran. Also Erze. Der kann ja Pilze, Erze, ähm... Scheiße. Ärzte. Äh, die Ärzte sind gut. Gute Punk-Band. Also Punk-Gock. Schon seit vielen Jahren. Ich hab sogar noch VHS-Kassetten von denen. Mh, so genau wollten wir das gar nicht wissen. Ich auch nicht. Mh, 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 mh. Oh, und jetzt furzt er erstmal ne Runde. Der hat heute wahrscheinlich zu viel Chili-Kon-Karne gegessen. Ja, mh. Das könnte natürlich ein Grund sein, ne? Meine Damen und Herren. Was war da denn los? Äh, man weiß es nicht. Ja. Äh, Stefan Raab, was ich mich auch schon immer gefragt hab, ne? Wieso furzt denn eine Kongalala? Also ich hab, ich weiß ja nicht, äh... Ich hab's nicht so richtig verstanden, wissen Sie? Ja, ich glaube, dass der alte Mal am Anfang den Affen immer Zucker gibt. Und das soll man ja bekanntlich nicht. Verstehen Sie? Ja, ich sagte sogar, ist nur wenn ihr mit München. Also das verwirrt mich jetzt schon ein bisschen, Stefan. Äh, ich weiß ja nicht, äh... Ich, äh, so... Verstehst du? Heißt du eigentlich Kongalala oder Kongalala? Kongalala, äh, Stefan. Shit. Also dass du jetzt hier so mit, äh... Anderen Worten kommst, das gefällt mir jetzt nicht so sehr, ne? Naja, äh, zurück zum Kongalala. Oh, und ich hab ihm ne Klau abgeschlagen, ich bin echt ein Pro. Er will abhauen. Kein Problem. Verball! Hehehe. Mit Automatikaufspürer. Verball! Oh stimmt, hab ich gar nicht bemerkt. Ja, und er geht in die 7, das ist natürlich typisch für ihn. Ja, wenn er kurz vorm Frecken ist. Vorm Fressen? Vorm Frecken, fecken. Ich weiß, verrecken. Ja. Hier. Oh mein Gott! Da ist ein... GAMBRAY! Äh, wenn du willst, kannst du ihn noch mal töten. Ich hab hier einen Moosewein gefunden und das mit Paintballs abwerfen. Äh, kannst du bitte zu mir kommen? Nein. Na, schau mal in die 8, wird das bei dir angezeigt? Nein. Bei mir auch nicht. Schade. Ich glaub, das... Ah, stimmt. Das Moosewein wurde nämlich grad vom GAMBRAY getötet irgendwie. Ist drauf gesprungen. Es werden nur Hauptmeister. Ja, ich komm rein, was macht Kongalala? ü ü ü ü... Pffih, äh! Es wird... Dastalk saludalala? ü ü ü ü ü. Aaaa! Ich geh interrupt��릴게요. Äh, sag mal, hat der nicht eigentlich Feuerschwäche? Und wir kämpfen hier mit Donner? Ach, da seht ihr schon mal, wie verplant wir sind. Und jetzt ist es an der Zeit, den Deo zu benutzen und er stirbt. Deo! Da ist das widerlich. Ne, wenn er still... Hey, da war deo! Hey... Da ist er noch ein kleiner Feuer. Ausweiden! Ausweiden! Und das finde ich gut, wegen mir nochmal die Tigrex-Rüstung und das eifrige Hackball gemacht und er wird keine stärkeren Waffen benutzen, ich werde auch immer bei jeder Quest zeigen, was er für ein Equip anhabt, nicht, dass er denkt, er nimmt jetzt so Tigrex-Mega-Rüstung und... Natürlich, aber rein theoretisch könnte er dann noch jetzt sagen, hey, müsstest du sein Infantar nicht auch durchsuchen? Vielleicht hat er diese Panzerkrade und so dabei. Warte mal, ich schau mal nach. Ah, die Quest ist leider schon so ähnlich, ich kann nicht nachschauen, tut mir das. Mist! Aber ich werde selbst... Aber ich werde eh jetzt auch Panzerkrallen zu kaufen. Ja, Panzer... Ich werde sowieso... Oh, es ist ein geiles Bild. Ich finde immer, die Abschlussspieler sind sowieso... Oh, ich lege bloß ein Thema ab. Das ganze Zeug brauche ich eigentlich nicht. Ich werde... Ich auch nicht, ich werde es jetzt eigentlich verkaufen, von dem her. Zack. Okay, warte. Enthusiasmus neu laden. So, ich werde mir natürlich auch einen neuen Account machen. Ne? Neuen Spielstand. Neues Safe. Safe-Stand irgendwas... Safe-Stand? Nein, ich darf... Ich habe abgespeichert. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt ist Ende Gelände, jetzt kannst du nach Hause gehen. Ich habe abgespeichert. Verdammt. Das wollte ich nicht. Ich wollte nämlich ausschalten, weil ich habe ja in diesem Spiel... Ja, halt die Fresse. So, äh, das, äh, war ein Teil MHFU. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, äh, ja, natürlich. Äh, wir machen jetzt den Daim und Hermitauer als nächstes. Bis dann. Ciao.